Mario, du machst das gut. Ich habe es noch nicht gemacht. Es gibt dieses Jahr bewegte Bilder. Das Video geht heute wieder nicht auch so, wie es heute war. Es ist ein, dass es nicht gut geht. Es ist ein, dass es ein, dass es nicht gut geht. Moin Lübbenau, Moin 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 Die 29. Lübbenauer Sprengfahrt begrüße den dreifachen Sport 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 Das ist die Bahn, das schmeckt auch nicht mehr. Das ist ja schlecht. Das halbte Hecht. Es ist die Wärme. Es ist die Wärme. Der zweite möchte ihn geschaut, dass es einen Schöpfel ist für einen Schöpfel. Das ist eine große Schöpfel und der erste Schöpfel oder die neue Schöpfel könnte. Das ist die Hand für den Hüpfel. Das ist die Öl der Schöpfel. Das ist die Schöpfel für den Schöpfel. Das ist die Schöpfel für den Schöpfel. Das ist die Schöpfel. Guck mal, du kannst zwar recht gut lesen, aber es gibt welche, die sagen, guck, halt. Alleine. Sind das die Auszubildenden, Uli? Ja. Die Azubin. Hoffentlich kriegen wir eine Festanstellung. Seine Tochter. Ja, guck mal, die kann auch in die Hand. Warum? Weil sie sich gezeichnet haben. Die beiden liegen gerade ins Wasser. Die Schwestern scheinen sich da schon. Wir lernen nach einem Streifen. Gar nichts gemacht. Na ja, wer weiß, was hier ist, weil es das kann. Wie hast du gesehen, wie das geht? Das ist zwei Jusen. Ja. Da ist ein Ruderpapier. 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 Die ist wasserdicht. Die ist wasserdicht. Wir wollen den André sehen. 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 Hier bin ich doch. Jetzt musst du für die Kamera raus. Mach den Körper. Warte, André. Jetzt bitte. Das wird das Highlight des Heute-Abend-Films. Komm, los jetzt. Nein. Doch. Nein. Tada. Tama 9. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Na, na. Wow. Uhh. We're. On a bari. Und seeing up. So. So. What. Na. Son. Thanks. Hey. Willy. Just, we're. We're. Vielen Dank.